So, alles klar, noch einmal, so, jetzt. So, ich würde sagen, wenn wir hinter dem Signal sind, was in zwei Meilen ist, dann fangen wir mal an zu bremsen. So, gucken wir mal, ob das hinhaut. Ja, das haut hin. So. 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 So, wir haben gerade erst mal einen Schluck getrunken. Wieso ist jetzt hier nur 60 angesagt? Boah, wie die Äther steigt. Oh lol, jetzt kann ich wieder 120 fahren, alter. Ach, was Mist. So, gerade nochmal abspeichern. Okay, gerade geht die Äther wieder ein bisschen zurück. Die voraussichtliche Ankunft. So, minus 4, das geht in Ordnung. So, jetzt. So, jetzt schon mal ein wenig abbremsen. Denke ich kann nicht schaden. Okay, wir nähern uns so. Alles klar, dann müssen wir jetzt abbremsen. Oh lol, wieso ist der jetzt schon 60? Okay, ich muss bemerken hinter dem Signal. Das ist so eine Scheiße, das sieht man einfach nicht. Deswegen hasse ich die Karriere auch so. Macht zwar Spaß, aber weißt du, manchmal ist es einfach so, dass einfach mal irgendwann so nicht eingezeichnet und ohne Vorwarnung die Geschwindigkeit einfach anders ist. Unglaublich. Da bist du gleich. Das ist auf. So, das ist jetzt auch eine Scheiße. Weißt du, weißt du, weil ich es nicht mehr schaffen kann, ohne Punkte zu verlieren. Weißt du, ganz ehrlich, so ein Fick-Game. So, den Reloading-Assistenten nochmal rausholen. Boah, ganz ehrlich. So ein Scheiß-Spiel, letztes Mal. Ich kann es nicht mehr schaffen, ohne, oder? Doch, ganz knapp. Ich probiere es noch einmal. Das ist auch so ein Kack bei diesem Spiel. Weißt du, wenn du einmal falsch gespeichert hast, weißt du, dann kannst du einfach nichts mehr machen. Dann musst du das komplette Szenario nochmal spielen. Das ist so ein Fick-Game. Ganz ehrlich. Hm. So. Okay, nochmal probieren. Aber diesmal muss ich ganz schnell. Bremse, äh, ja, Bremse, Sand, Rückwärtsgang, Vorwärts. Dann, okay. So, jetzt gleich. Das ist das gleiche. Okay, alles klar, haben wir doch noch hinbekommen. Puh, muss ich da auch noch die Lokbremse anmachen. Okay. Okay. So, hier können wir da einen Ticken schneller fahren. In 5,4 Kilometern können wir, ähm, können wir, ähm, ja, anhalten. So, ich muss jetzt aber auch ganz einfach mal gucken hier, wie geil das hier so aussieht. Ja, das sieht schon cool aus hier auch mit dem Gleisen und so. Oder auch hier, das hier, dieses Versetzte. Ja, zum Teil muss man die Entwickler auch wirklich loben, dass sie das wirklich gut gemacht haben. Aber, es gibt aber auch viele Sachen, wo man sie einfach nicht loben kann. So. Loll, was war das denn jetzt für ein Leck? Aber geil, ein Singleplayer-Leck hatte ich auch noch nicht. Sehr, sehr geil. Oh, leck mir doch die Eier, ey, das kann doch nicht wahr sein. Dieses Spiel, es ist so ein Kotzen. Es ist so ein Kotzen. Ganz ehrlich. Ey, Leute, ganz ehrlich, das ist einfach unglaublich. Wieso ist das nicht eingezeichnet, wenn auf den Signalen steht, wie schnell man fahren soll? Und wieso kriege ich da keine Vorwarnung, ey? Was ist das denn für ein behindertes Spiel? Mal ganz ehrlich. Ey, holt's auf euch gar keinen Fall. Macht zwar Spaß ein wenig, aber das Spiel ist so behindert. Also, guck mal. Da steht, ja, jetzt darf ich 160 fahren. Ich wusste aber gar nicht mal, dass da 160 ist. Wieso steht es da nirgendswo? Das muss doch da unten in dem Teil drin stehen. Auf der Strecke selbst gibt's ja auch keine Vorwarnung. So ein scheiß Game, ey. Bescheuertes Spiel, was ich hier gespielt hab. Und für so verbackte Strecken wollen sie da auch noch Geld haben. Also, von mir bekommen sie wahrscheinlich keine Unterstützung mehr. Jetzt haben wir schon minus 28. Aber normalerweise... Da, da müssen wir hin. Juhu. Wir haben's fast geschafft, nachdem wir 15 Mal das Szenario nochmal neu laden mussten, weil die Strecke zu inkompetent ist. Haben wir's dann geschafft. Ja. Richtig gut. Jetzt sag ich nochmal 120 fahren, sagste. Okay, alles klar, mach ich. Alles klar, das mach ich jetzt auch mal. So. Ich speichere jetzt nicht. Ach, leck mich doch am Arsch. Oder? Nee. Da wird nur vorgewarnt, dass gleich 80 ist. Ja, okay. Nee. 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 Jo, da haben wir ja richtig pünktlich es geschafft. So, alles klar. Jetzt müssen wir hier warten. Pünktlichkeitsbonus plus 250. Darf ich den überfahren? Verweigert. Aber egal. Verweigert. 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 Ok, ich glaube, ich muss warten, bis es anspeichern wir gerade mal. Bis es einfach grün ist. Immer noch verweigert. Erlaubnis verweigert. Oh, was ist das denn? Das schmeckt ja scheiße. Also, ich habe gerade so ein Haribo Colorado neben mir liegen. Habt ihr vielleicht schon gehört, dass ich dazwischen durch. Und diese braunen Stafetten, boah, die sind ja mega eklig. Kann ich Ding Dong machen? Nee. Ich kann nur Hupen-Hupen machen. Aber nicht Ding Dong. Wird schade. Ich kann nur Hupen-Hupen machen.